Das ist mein neues Buch »Zünde dein inneres Licht an« und zu diesem neuen Buch gibt es jetzt auch einen Wettbewerb, wo du als ersten Platz einen Seminarplatz für zwei Personen gewinnen kannst. Und von Platz 2 bis 5 bekommst du ein Hansignietes Buch »Nütze deine Chance und viel Erfolg«.